Und das ist meine Zelle. Guten Tag. Da weiß einer, dass ich gerne telefoniere. Ich nehme doch diesen Stuhl gleich in Anspruch, aber nur zum Telefonieren. Guten Tag. Gehen Sie eigentlich noch? Oder hören Sie schon? Ach, da braucht man Münzen. Oder eine Karte. Genau. Die besorge ich mir. Guten Tag. Film bei Genau Limit. Löff das mal anders reinhören. Und Zivilcourage zeigen. Vielen Dank für den Stuhl. Die mit dem roten XXL-Stuhl. Ne, das sind sie nicht. Also, bis bald. Wo sind wir? Bei Kaufland. Guten Abend. Mehr Mensch. Aber die Idee ist gut.